Hallo zusammen zur folgenden Aufgabe. Was ist das Ergebnis dieser Aufgabe? Benötigst du noch Bedenkzeit, dann klicke kurz auf Pause, gleich gibt es die Auflösung. Kommen wir zur Auflösung. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 mal die 5 hoch 5, also 5 mal 5 hoch 5. Hier steht eigentlich auch ein Exponent, nämlich die 1. Wenn wir jetzt zwei Potenzen mit gleicher Basis multiplizieren, müssen wir die Exponenten addieren. Wir rechnen also 5 hoch 1 plus 5. Und das ergibt 5 hoch 6. Richtige Antwort, Antwort C. Ich teile niemals durch 0, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.